Hallo, hier im Labor werden wir mit diesem Jodtest zeigen. Wahre Reinheit bei Maschinenspülen hat einen neuen Namen. Ferry Ultra Plus. Das kleine Wunder gibt es jetzt auch als Spülmaschinenpulver. Diesen Teller haben wir mit Ferry Ultra Plus gespült. Diesen mit herkömmlichem Markenpulver. Beide sehen sauber aus. Aussehen, ja. Aber der Jodtest zeigt, dass herkömmliche Markenpulver hat Stärkereste hinterlassen, wie zum Beispiel von Kartoffeln und Nudeln. Aber der Ferry Teller ist wirklich sauber. Ja, das nenne ich pure Reinheit. Das neue Ferry Ultra Plus, das wahre Wunder. Reinheit pur ohne Verblassen.